Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Neo. Wir gehen in die nächste Region und los. Es ist der Juli des Jahres 1600 und Ishida Mitsunari hat seine Armee versammelt. Als Iyasu davon erfuhr, ließ er seine Truppen unterhalb der Burg Edo aufmarschieren. Unter Iyasus Streitkräften, die von Honda Tatakatsu und Hitori Hanzo angeführt werden, befindet sich Anjin und die Samurai, die vor dem Kampf bester Laune sind. Die beste Laune kommt daher, weil wir unsere Schwerter in das Blut der Feinde getränkt haben. Was? Ich würde mich verletzen, dass ich mich nicht mehr verletzen würde, und dass ich mich nicht mehr verletzen würde, wenn ich mich nicht mehr verletzen würde. Ich würde mich nicht mehr verletzen. Wenn man eine ganze Zeit am Ende ist, dann würde ich mich nicht mehr schlafen und schlafen. Ich bin der Weg weggekehrt, und ich bin der Welt der Welt der Welt. Ich bin der Weg weggekehrt. Kann es wirklich Frieden geben, wenn er auf Fahrt von Leichen erbaut wurde? Das werden wir erfahren, Freunde, das werden wir erfahren. Das nächste Gebiet öffnet sich in uns. Dann lasst uns beginnen. Tag der Abrechnung soll kommen. Und wir werden dem Land Frieden bringen. Ob mit Fürst Yasuo oder ohne. Aber erstmal machen wir einen kleinen Nebenbisschen. Der reulose Dieb, Fürs Yasus Shidori no Koro, ein Räuchergefieß in Form eines Regenpfeifers, das als größtes Kunstwerk unter der Sonne gilt, wurde gestohlen. Um ehrlich zu sein, ist das schon einmal passiert. Letztes Mal wurde der Dieb Ishikawa Geamon zum Tode vorurteilt und es ging Gerücht um, dass dieses Mal Geamons Geisterdiebstahl begangen hat. Aber das ist lächerlich. Tote Männer stehlen nicht. Ich will, dass du den Tatort aufsuchst und deine lebenden Übeltäter fasst. Soviel ich weiß, wird ich Fürs Tsongoku Hidehisa, der Ishigawa Geamons letztes Mal gefasst hat, direkt unterstützen. Du könntest dir gegen einen Meisterdieb keinen besseren Verbündeten wünschen. Geh jetzt! Du musst das Räuchergefäß zurückholen. Okay, let's see what I can do here. Das unheilvolle Küstengebiet hat zahlreiche... Achso, das kennen wir doch schon. Nochmal Schiffe. Damit haben wir letztes Mal schon gute Erfahrungen sammelt, Freunde. Gute Erfahrungen mit Schiffen. Das ist klar. Das machen wir auch. Easy. Würde ich sagen. Und Diebe zu fangen, ist ja jetzt eigentlich nicht mein Spezialgebiet. Eigentlich bin ich eher spezialisiert darauf, Yuki zu fangen. Du bist der Wirklichkeit, ich weiß es doch. Es ist doch von Anfang an klar. Hier ist ein Twist. Stöße. Kann ich bitte einen Stufenaufstieg machen? Auf Geschicklichkeit Geschicklichkeit oder Herz? Geschicklichkeit oder Herz? Geschicklichkeit oder Herz? Ach komm, warum nicht auch ein bisschen Herz? Warum nicht das Kusarigama und das Schwert gleichzeitig aufgraden? Wir können die Möbel hier schon mal nicht zerschlagen. Das ist schade. Dann lasst uns wenigstens die Feinde zerschlagen, die uns hier begegnen werden. Äh, nee, ich wollte jetzt nicht die ganz dicke Wummer auspannen. Okay, dann, äh, nehm mich bei den Bogen. Ja, daneben. Wow, was war das? Achso, maximale Vertrautheit war das. Was ist der jetzt? Nee, hallo. Okay. Der Dude ist auf jeden Fall krass. Okay, gehen wir aber hier runter. Wir hätten von hier oben auch eine Drop-Tag machen können, aber brauchen wir nicht. Weil wir krass sind. Außerdem sind wir Ninja, wir gehen hier schön leist vor. Und werden uns hier überhaupt nicht bemerkbar machen. Okay, da wären wir hergekommen. Gehen wir also hier lang. Hallo. Ist hier jemand? Oh ja. Hier ist jemand. Ganz offensichtlich. Okay. Und er ist tot. Okay, aber das ist nicht die gleiche Küsten-Map, glaube ich. Hier beim letzten Mal. Das sieht schon mal sehr gefährlich aus hier. Aber egal. Feng. Find ich jetzt krass, ja. Ach nee, das war Heilungsding, ne? Die Viecher ist schon wieder. Aber. Ich hab nichts, was Feuer verzaubert bei. Nope. Dankeschön. Gut, dass der Typ dabei ist. Also die will ich nicht ganz zu nervig. Moment alles, Mann. Und schwer da. Warte geht's. Haben wir hier schon? Ah, guck mal, hier ist eine kleine Küste. Pong. Schoko-Becher und Jai-Jons-Saki. Saki ist ja sehr lecker, hab ich gehört. Und ein Stück nach Piraten. So ein blöder Kopf wird uns nur nicht aufhalten. Ähm, ja. Ich, äh, geh mal weiter. Ihr macht das schon, ne? Ihr macht das schon. Ja, was ist denn mit ihm los? Er steht da einfach und denkt sich, ja, lol. Nein, 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 nein. Du bleibst mal so schön hier. Au, shit. Macht der Schaden. Du bist auch ein kleiner Bandit, ne? Nee, ich tuß ihn nicht. Du verdammter Idiot. Ich wollte den Loot haben. Hm, egal. Ah ja, von mir aus. Hauptsache, wir haben die Mission geschafft. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Äh, ja. Das war jetzt so das Gegenteil von schwer. Ich glaube, es wäre schwer gewesen, ihn zu finden. Ich glaube, die meisten irren da einfach um. Und denken sich, wo ist er denn? Wo ist er denn? Äh, ja. Vielleicht wäre er auch einfach weggerannt über die ganze Map, wenn ich ihn nicht eingekreist hätte. Aber, ähm, ja. Weiß ihn. Fürst Hidiyashi... Ach, ich kann mir überhaupt nicht aussprechen. Hidi hat mir alles erzählt. Hervorragende Arbeit. Dass es bei all den Übeltätern ausgerechnet ein Yokai war. Fürst Yasuo befahl sofort die Vernichtung des Yokai. Er ist ins Wasser gefallen. Aber dieser spürte wohl die heikle Lage, versteckte sich in seinem Panzer und weigerte sich herauszukommen. Nun, sein Panzer war so hart, dass Klingen nichts gegen ihn ausrichten konnten. Aber dennoch wurde es wohl etwas unangenehm, als Hidiyashi in einen Kessel werfen und dann Panzer lebendig kochen ist. Das ist nicht nett. Einweg grausam, aber... Nein, nein. Das Werk eines entschlossenen und tapferen Mannes. Ja. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Weißt du? Sieh das Ganze doch einfach mal aus dem Standpunkt der Yokai. Ich glaube, die finden das nicht so nice. So, Hauptmission ist da. Du willst also nach Fushimi? Ich wünschte, ich könnte dich begleiten, aber leider hat Fürst Yasuo mir verboten, Meister Tori zu helfen. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Ja, easy. Geh, gehe, mein Freund. Geh, gehe. Ich mach das. Auf der Burg Fushimi, direkt vor Kyoto, verbrachte Fürst Toyotomi Hideyoshi seine letzten Tage. Während des Aufruhrs nach Hideyoshis Tod brachte Tokugawa Ieyasu sie in seine Gewalt. Doch in dem Moment, als Ieyasu zu seinem Vernichtungsfeldzug gegen Usugi aufbrach, ergriff Ishida Mitsunari die Gelegenheit und versammelte seine Armee. Seine 40.000 Männer standen den Truppen Tori Motodadas gegenüber, den Ieyasu mit der Verteidigung von Fushimi beauftragt hatte. Okay, cool. Diese 40.000? Mach ich lang. Mach ich lang. Ich bin der Verteidigung von Fushimi. Woher kann ich auch nicht nur was tun? Ich kann ja nicht mehr was tun. Fushimi! Okay, easy. Geh, gehe! Erstmal richtig schön. Äh, nee. Wir nix. Danke. Jetzt einmal weiter. Hier geht's auch noch lang. Ja, hier geht's auch noch lang. Wo ist das denn hier lang? Warum nicht? mir geht es zurück ich gehe wieder nach hause leute tschüss ich habe keinen bock auf die scheiße ach ich bin dumm ich hätte auch körper leveln sollen hätte ich mir eine krasse rüstung anziehen können aber so ist natürlich essig so easy peasy freunde easy peasy was hast du nicht viel was hast du noch weniger kann ich durch das feuer durch aber ernsthaft versuch doch nur weil du freund hinter dir heißt heißt das nicht dass du mich besiegen kann das solltest du dir merken so ich muss mal ganz kurz fähigkeitsanpassung mit dem katana ich werde wahrscheinlich steckt nicht am ende einer combo y weil du für den kombo angriff du schneidest den gegner im sprung schreiben für gewicht nicht sondern den tritt will ich ausrüsten genau der erscheint mir nämlich besser bei einem gegner ohne key nicht erlernt okay dann kann ich das einsetzen zeilen weil eine gute sache ist bei mir mein trend drei mei blitzklinge ein maier pfeile hier was ist jetzt hier wen darf ich jetzt hier begrüßen welche shit alter was hast du denn für ein gerät alter weg weg sieht anders aus von dem weg sieht definitiv anders aus also nie um die sprachsteuerung zu spielen ja auch mal eine idee auf jeden fall egal kommen wir machen das jetzt ja ich dachte gerade durch ein bisschen auf werden würde gerne aber hier sind wir durchgegangen run to the fire run to the flame okay du kannst ja nichts hinten jetzt kann ich dich treffen komm du bist doch tot und dein kumpel da hinten mit dem gewehr ist auch wo ist er denn ich sehe den nicht mal ich habe wieder wasser an mir dankeschön schlecht idee mein freund schlechte idee geht es hier rein aber da hinten ist ein kudama das sehe ich hallo mr yokai hä das ist so ein wassertopf dude hä was macht er denn was ist denn deine agenda okay das habe ich jetzt nicht ganz verstanden was er jetzt für für ein vorhaben hatte aber gut nehmen wir das einfach mal so an würde ich sagen nehmen wir das einfach mal so an kann man hier durch ne äh da ist ne kiste die nehm ich die ist in meiner obhut wesentlich besser aufgehoben als in eurer diese kiste hier geht es noch irgendwo lang du mothafucker hier ist doch ein explosions dude ah ich sehe eine explosionskiste hier ist ein kleiner kudama freund hallo kleiner kudama freund geh nach hause ok ich schneide euch das feuer weil ich in kassel flug bin through fire and flames was ist hier noch ok ich einfach durchs feuer laufe weil ich einfach durchs feuer laufen weil ich ein krasser durch bin ja das war dein letzter fehler ich habe schon wieder genug für level ab das ist natürlich nett jetzt muss ich noch nur noch wenn ich irgendwie rauskomme ach guck mal hier kann ich das hier kann ich das abkürzen kann ich einfach das feuer ausmachen zack und aus easy erstmal hier auf der map zurechtfinden das ist gar nicht so leicht weil diese map nicht gerade klein ist oh gott das sieht doch schon wieder sehr böse aus komm her mein kleiner yokai freund ok das wars mit ihm hat er gerade schießpulver drinnen ich hoffe ich bin jetzt nicht eingedeckten schießpulver das wäre äußerst unangenehm äh excuse me excuse me weggetreten er hat sich aufgeschlitzt und weggetreten aufgeschlitzt und weggetreten gleichzeitig krasser dude ok was haben wir hier hinten da hinten haben wir einen yokai was haben wir hier äh feuer halloo ach come on du kannst doch nix mein kleiner boin äh du kannst doch nix das vorher können wir wahrscheinlich nicht löschen das ist wahrscheinlich ein bisschen zu krass äh oh hier liegt ein Leiche nett tja Idiot ja äh nee auch du solltest deinen Tag nicht in Schande verbringen äh abkitzung nope ich finde mich hier immer noch nicht zurecht übrigens aber das ist ok da weg 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 ok warum kriege ich eigentlich immer L3 wenn ich auszeichnen will macht das Sinn? ich glaub nicht zum spiel in dem man L3 drücken muss zum ausweichen Leute schreibt sie in die Kommentare ich will einfach sagen schreibt sie in die Kommentare uh da ist die Burg die steht ganz schön in klammen hallo? was soll das denn? was soll das denn? ah hallo ähm ähm ja du bist jetzt nicht so krass muss man sagen an der Stelle ok I'M FIREPROOF nope ja versuch's nochmal ich geh einfach weg ich geh einfach ganz langsam oh oh Mr. Wheeloo oh ne du kannst nix ah ah kannst halt echt nix ne ah 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 ne weg nein mein die Teile haben wir doch schon vor 100 Jahren besiegt sag ich doch easy gg Freunde gg weil ich einfach gg bin ich bin der gg Meister so ich würd sagen das wars auch schon mit diesem Part wir machen jetzt nochmal Körper auf elf und danach auf zwölf und dann können wir unsere geile Rüstung wieder tragen ich bedanke mich für mich zu sehen wir abschiden mich und sage tschüss das war einer der produktivsten Parts bis jetzt glaube ich vermute ich bis auf die ersten die waren auch produktiv also bis dann Leute und ciao immerhin n b die